So, ok. Ich muss da wohl hoch. Toll. Ich weiß nicht, hier wo ich die... Naja, hier war das. Irgendwo ging es doch hier hoch. Wahrscheinlich, oder? Naja. Wegbereiter, du. Drum. Da oben kommen wir hoch. Zack. Sehr schön. So, was war da? Da ist einfach nur ein Stuhl. Sind aber noch Leute. Stimmt, das war ja auch alles jetzt weg gewesen, ne? Da war ja nicht hin. So. Zack. Ne, ich wart eigentlich da hoch. Ach, schade. Au. Ach, cool. Das war jetzt nicht mein Plan gewesen, da komplett einmal runter. Das heißt, da waren wir hier auch überall noch nicht. Obwohl die Hinselstatue deutet ja wohl auch da hinten drauf, ne? Hier. Was wir hier schon waren. Katze, ok. Ja, versuchen wir da. Ja, gut, dann lassen wir das. Obwohl eigentlich eigentlich ja nicht, ne? Ich bin ja... Ich muss das nicht machen. Letztes Mal weit, ne? Hallo, ich würde da gehen hoch, danke. Mal wissen, gleich würde ich irgendwie hier hoch kommen. Wie kann man da hoch, ne? Hm. Ich wollte da dran... Ja. Ja. Genau. So. So. Dann kann ich auf die Kugel irgendwie drauf. Hm. So. Ich geh erst mal auf das Dach drauf. Das ist auch natürlich ne Option. So. Zack. Dann kann ich mich das machen. Das hätten wir hinter uns. Dann haben wir eben den hier. Noch irgendwo. Das ist nur ein bisschen Geld. Ok, gut. Dann kann man schon hier aus hier rüber fliegen. Das hat hier auch gepasst. Ja, komm her. So. Sehr schön. Wir haben die nämlich auch schon mal weg. So. Da bin ich noch eins. Ok. Da ist auch mal so ein Toritor. Das haben wir aber schon gemacht, ja. Jo, der muss ich also einfach nochmal da wieder rüber. Oh. Hat nicht gepasst. Warte. Also. Die zehn Sekunden lang schweben, ne. So. Dann versuchen wir mal darüber. Zack. Ja. So. Dann versuchen wir mal darüber. Ne. Aber hier war ein Magik, ne. So. Ach da. Oh. Was ist das? Fächer aus den 90ern. Ach das so. Ja ne. Wir brauchten, ne. Äh. Äh. Nicht auf die Karte. Das war der da. Oh. Der das haben wollte, ne. Aber den glaub ich komplett. Bin mir auch nicht sicher. Guck mal. Naja. Ach ne. Da wollen wir die Tafel haben. Okay. Äh. Dann war das. Der war? War der komplett? Ich weiß es nicht. Schau mal. Ja. So. Naja auch nicht. Dann haben wir auch alles. Dann war das der am Tempel etwa. Der eine Fächer haben wollte. Der hat auch noch die KK Aufzeichnung, ne. Auch nicht. Der hat trotzdem die KK Aufzeichnung. Da fehlt uns aber noch 60.000 für. Hm. Äh. Dann. Dann, dann, dann. Muss ja der hier sein. Mann doch. Sonst haben wir ja keine mehr. Sonst haben wir keine mehr. Ja da. Oh. Da bringt auch nicht viel. Und ja. Mal Wetter mal. Also wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Kohle. Oh. Haben wir noch da was drauf. Oh das ist die Tafel die wir suchen. Oh. Ach so. Die Punkte sind die, die wir schon gefunden haben. Oder hinweiset haben. Das dann nur ungefähr. Oder was. Die müssen wir auch alle einsammeln. Die Markierdinger. Okay. Okay. Uff. Alter Schweders. Ja. Echt. Uff. Warte mal. Wir haben jetzt das kleine Stück erst. Das ist ja nicht mal die Hälfte von der Map, ne. Eieieiei. Okay wir machen das mal jetzt. Ach gut. Den kann man auch noch machen dann. Dann gehen wir erstmal hier hin. Wahrscheinlich müssen wir dann in das. Denkenswundskrackenhaus wieder rein. Denk ich mal. Oder so. So. Was jetzt? Bitte, bitte. Das Krankenhaus wird von uns dann überrannt. So. Aber jetzt kann ich nicht zurück. Ist in der letzten Zeit was ungewöhnliches passiert? Nun, da war dieses Mädchen Misaki im vierten Stopp. Nach ihrer Augen-OP hatte sie Schlafprobleme. Sie soll unter starken Schmerzen gestorben sein. Ihr Leiden könnte die Verderbnis verursacht haben. Wir können es nicht ignorieren. Okay. Gehen wir mal rein, ne. Bin ich ja mal gespannt. Das Mädchen sollte im vierten Stock sein, richtig? Oh. Hat ja super funktioniert. Nogen. Ich lähde dich. Ich helde dich. Okay. Komm mal hier. Ich gehe jetzt hier lang rein. Ah, der Aufzug. Der Aufzug war ja auch damals, äh, wo wir zwar Schwester sind, glaube ich, ne? War's die Treppe? Ich weiß nicht mehr. So, ja, die erste Folge muss es schon vorgewiesen sein. Okay, 650 Kilo darf dieser Aufzug. Alles okay? Denkst du an deine Schwester? Ja. Ich bin so ein Feigling. Okay. So, mega. Ab hier, chronisch. Bitte. Ich bin so müde, aber ich kann nicht einschlafen. Bist du Misaki? Warum kannst du nicht schlafen? Ähm, ich hatte so eine Augen-OP. Und jetzt zieh ich immer diese gruselige Frau, mich meiner Augen zu machen. Eine Hornhauttransplantation. Sie sieht, was der ursprüngliche Besitzer diese Augen zuletzt gesehen hat. Im dritten Stock gibt es eine Tür, die immer zu ist. Aber am Beitrag kommt für die Gruselige Frau raus. Keine Sorge. Ich mach das schon. Eine Hornhautspende und eine seltsame Tür. Vielleicht finden wir was im Dienstzimmer im dritten Stock? Wahrscheinlich, ne? Mhm. Warte, wir sind dort ein Gegner. Ich bin so ein Gegner. Ich bin so ein Gegner. Oh, man. Was ist denn, ja? Oh, man kommt hier nicht alle hier. Oh, man. Okay. So. So. So, danke. das ist jetzt hier rot wird klingt eher so als wäre ich gerade in Fukushima unterwegs das war glaube ich das Problem bei Hitman, bei Hitman gab es ja ein X-Ray Update und dann konnten die Gegner einen durch Wände sehen, wegen Reflexionen und so weiter wo bleibst du da so stehen oder was? sehr schön das ist auch noch mein Kontrollerschwache dort hier waren wir noch mit der Schwester unterwegs meine ich ok hm den würde ich natürlich gerne auch von hinten holen äh das klang jetzt verkehrt weiß ich auch noch mal oder nicht weiß ich nicht ob er mich jetzt sehen wird oder nicht ich bin an der Pflanze ok hab ich gesehen ok jetzt ist hier rot kutsch ist doch jetzt immer rot? oh ok ich hatte gar nicht so viel aber das war eigentlich immer ganz gut diese Nichtstimmung dass man da eben sehen konnte du kannst jetzt eine neue Fertigkeit lernen oder du sparst weiter deine Sache ja ich wollte weiter sparen irgendwo war doch hier so ein doppelköpfiger Hund oder irgendwie sowas gewesen das hab ich doch gesehen gehabt was ist der denn? hm dann komm dann komm uns das mal im Dichter dann machst du da ja schon wieder ja zack nach die Türken und noch einer geht nicht auf hab ich gemerkt das Ding da hab ich gesehen ne ja hört sich hier rein vielleicht finden wir hier etwas zu dem Mädchen hm was das wohl ist? sie ich hörsch da auch ok ok ach da kentau war bericht tödlicher Unfall Zeitpunkt des Fundes gleiche Gaberbericht über ok dieser OVADAR könnte Misakis Hornhautspender sein wir kennen jetzt den Passcode probieren wir ihn an dieser verschlossenen Tür aus hm kann der Aufzug in den dritten fahren und wenn ich hier drin bin nicht hm komisch am Passcode dann? oh das muss die verschlossene Tür sein zack gut sehen wir mal rein ach ein Defi ist das was ist das denn? aber ein Defi in dem ganzen Krankenhaus? ok ich hätte gerne so eine Übersetzung ok ah wir sind in St. Hill ok ok ist da jemand? ja die Schnipp-Schnipp-Frau anscheinend die wir schon öfters kennengenommen haben die nicht immer da ist ok ist das denn ein Geist? ich weiß nicht so und hier haben wir was tolles ist einfach nix was ist das nicht mitnehmbar? das ist schon voller Abteil na gut dann gehen wir mal zu dem Geister ich sehe es immer noch ok Donderzimmer Hilfe! ich bin gehörnig hier aufgewacht! diese Monsterfrau hat mich angegriffen! diese Monsterfrau sind alle ganz voll gebrannt ich sehe sie überall Interessant dann müssen sie der Spender sein Spender? was soll ich gespendet haben? ein Mädchen hat ihre Hornhaut bekommen und hat jetzt das gleiche Problem nein sie leidet wegen meiner Augen? wenn wir nur gegen das Monster etwas unternehmen könnten vielleicht kann dann wenigstens das Mädchen entkommen das ist alles wie ein Albtraum so oder so können wir hier nur weg wenn wir sie erledigt haben sieht ganz so aus suchen wir sie ich kann gut verstanden es dir jetzt auch ok hoch Gut, das sollte reichen. Das sollte reichen. Oh, was passiert? Hilfe! Sind wir wieder auf der Station? Ja. Krass. Oh, Junge. Und jetzt die Augen schließen. Alle beide. Aber ich habe Angst. Alles wird gut. So ist recht. Ich bin so froh. Es ist furchtbar, dass du meinen Weg hineinpustest. Das ist nicht ihre Schuld. Nur dank ihnen kann ich sehen. Das zu hören ist mehr, als ich mir wieder aufhacke. Aber ihr zwei seid hier die wahren Helden. Danke, danke, danke. Jetzt können sich hoffentlich mal wieder alle ausruhen. Wenn das eine totesinsorte hat, hört sich nicht. Oh. 10.000 Erfassungspunkte habe ich glaube ich gekriegt. Haben wir denn die Geister? Aber ich kann nicht darauf achten, ob wir bei dem Geister, den es sonst noch nicht hatten. Also bei dem Uni. Gehen wir gerade auf. So, gehen wir in den ersten Stock. Haben wir hier jetzt so weit. Alles dann gekohlt. Hoffentlich. So. Hier sind noch ein paar mehr Informationen, muss man sagen. Fand ich hier ein bisschen schade, dass man halt hier so wenig, also in Außenwild sind wissen, wenige Informationen über Leute und so kriegt. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil... Ich höre, ich müsste ja jeder Klampenhaufen eine ID beinhalten, ne? So. Wir haben wohl das Monster besiegt, das das Krankenhaus reingesucht hat. Ja. Endlich ist es drin, wieder sicher. Dann... Bitte. Ich hatte es vielleicht gehofft, ob wir noch was kriegen oder so, aber gut, doch nicht. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Ach, ernsthaft? Ich will die Jinso-Statue haben. Krieg ich die vielleicht? Nein, krieg ich nicht. Scheiße. Wenn ich die Schaden kriege, krieg ich die anscheinlich. Cool. Willst du mich nicht sehen? Willst du mich nicht umschaden, da haben es in das Vieh zu ziehen? Oh, entscheidend nicht. Oh, jetzt sind sie unten. Oh. Jetzt würde ich mir gerne da eine Markierung setzen. Ich weiß, dass das dann so eine Statue ist zum Beispiel, aber darf ich ja nicht. Ich finde, das ist lustig, dass ich auch so rummisch bewegen, sage ich mal. So, hier wäre auf jeden Fall noch was. Oh, nee, das reicht nicht. Schade. So, da ist ein bisschen Money. Sollen wir jetzt da Richtung hingehen? Vielleicht noch was? Oh, Zaunhauter-Drop. So, wir sollten vielleicht mal Sachen abgeben, ne? Ist das, glaube ich? Ja. Und jetzt zu Binnen, okay. Money, money, money makes me funny. Sonst ist ja auch hier alles. Darfst du nicht hin, ne? Und da hast du echt noch ein paar Geister. Umstens zwei Gegner. Zwei Gegner. Vier Gegner. Was ist noch eine Statue? Das ist natürlich jetzt mega doof. Oh, das ist. Ups. Oh. Eins. Öh. Oh, mein. Ah. Ich sehe halt nur nichts. gegen den geistern feiner oh, warum hab ich jetzt ein Sox? ach, egal so, und das so, ne? ja klar, lass uns jetzt bloß nicht im Stich dann müsste es aber eigentlich auch blaue ihnen so Statuen geben weil immer auch blau, wie gibt es ja rote, es gibt blaue und die sind ja für Munition, ne? nicht, dass ich das richtig verstanden habe ach, der hat man gewöhnt ok, warum hatten wir jetzt keine Animation gehabt? sehr komisch zuck, 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 zuck zuck ich dachte, der hat wieder Taschenlampen oh, ist die Munatgaste noch nie? da haben wir jetzt ja richtig ordentlich gut, sag ich mal, da kommen wir da nicht hin, ne? oder? aber doch, da könnten wir hin kommen den Geister so ich nicht so ja, ein Japaner muss halt schmal sein, ne? schreib'n wir ok, dann wär's mal nicht lang so, was haben wir denn noch so hier da oben? da sind auf jeden Fall noch Geister zuck, zuck da ist auch noch ein Laden da ist auch noch ein Laden hallo? ja, natürlich öffnen, ein Esperant, was ist das denn für ein Service? ah, ach ja mit zack wo ist da so ein Ding dabei hatten wir? ja ich hasse es beim Einkaufen zu warten ach du armster ganz schön nervig chill doch mal äh, jetzt könnte sich echt mal so, dass wir so viel Ladung gekauft haben, echt auszahlen ne? war schneller als die Geister erlauben, ne? hehehehe was für ein Spruch so, da sind noch Geister da sind noch Geister da sind wieder irgendwelche scheinbar buggy ok da ist nix wenn nur ein Gegenstand und da hinarbeiten bisschen Kohle mit zack warte mal nochmal Geister da auch, da auch, da auch sind überall Geister jetzt mal die, die scheinen schwerer zurechtbar zu sein na ja, warum packe ich? liebe Spiele so zack wiii wiii japa gut so viele Ladungen, ne? so viele Ladungen, ne? ist Müll oder was? im Haus noch einiges am Geister das ist doch irgendwas besonderes obwohl das so ne Schippstüte, ne? ja da schüpp mich ja da ne Mission, ne? ich würde jetzt mal so tippen holla, no soo den krieg ich aber nicht ooooh das kann überlebt du nicht einfach nur eben schnell die Geister sammeln nur eben schnell die Geister na, da kommt dran hm mal hier hin zack dann fliegen wir mal hier hin mal das Gebäude hier hoch das soll einer neigieren, ne? bis es uns schwindelig wird? boah ey, ernsthaft? komm da hab ich ein bisschen verkeppt ah, wo lande ich denn jetzt? Hilfe meine armen Geister soo du 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 ach jetzt nicht mehr ach ne, kein bock ich geh mal tschüss hm scheinbar war nicht mehr zu folgen guck mal vielleicht ein bisschen Geld raus von der Katze wo man ja drin stehen bleiben muss sonst ist es weg äh ok interessant was zur Hölle ist das? Icon oder auch, ne? ok äh Harry Potter Japan, oder das? so, und das auch ja, Junge, 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 Junge ja, ihr seht ja was ich meine, ne? ihr könnt so viel noch zu entdecken, zu tun, zu machen plötzlich wo man schon so viel gemacht hat schon krass viel Geld hat man inzwischen mit dem 66.000 ja soo ja, ich würde gerne ich würde gerne ja, hier bin ich das nächste gebiet machen kann ja, ich finde es ein bisschen doof dass ich jetzt nichts sehen kann bewegen Filteranzeigen ne, kann ich nicht dass ich schon räumen so, dass ich sehen kann, wo ich ungefähr bin ok 41% haben wir ja gut, wenn ich jetzt telefoniere habe ich ja eh jetzt jede Menge können wir, by the way, irgendwie machen geben wir unsere Geister ab uff, das wird eine Menge sein 18.000 Erfungspunkte, ne? ach Gott, ich habe drei Stück gehabt soo soo 11 Hand wahrscheinlich 25% ja, weil wir haben sie 20 erreicht sehr schön soo, 20 Erfahrungspunkte jetzt haben wir 30 soo wir haben 30 Erfahrungspunkte was machen wir denn damit? das halten könnten wir Kürze machen wir können das feuer super ach, das wirkt auch gegen Schirme ok das wäre ganz cool Radius erhöhen das wäre auch noch ein bisschen nice das kann man auch noch mal 8 Meter oh, damit kann man dann später richtig reinhauen das wirken ist glaube ich ganz wichtig ja, das machen wir mal als erstes dann müssen wir uns halt wieder sparen ah ja ja, wir haben so viel Zeug hier ok also, Karte wir haben jetzt Nebenmissionen alle so weit erledigt, ne? jawoll nur für einzelne Sachen die wir wissen ich bin wenigstens froh so da wo wir so hinkönnen weißt du, dass ich da wenigstens wo die Geister gesammelt habe haben wir zu 27% bei der wir haben einfach 4% gerade gesammelt gehabt klingt voll viel ist eigentlich aber auch in der Welt hier voll wenig muss man auch mal sagen leider machen wir nochmal Schnellreise so hey gar nicht noch was von dir gesammelt eigentlich ne ja und leider immer noch nicht genug Geld für den Malatama Juwelen aber wir müssen jetzt hier die Straße hoch soweit ich weiß, ne? den nächsten Tori schreiben da komm ich nicht dran ok so viel Wege so viel Möglichkeit und schon machen wir jetzt diesen Effekt hier schon wieder ok ok was bist du für ein P? oah ok das kann man noch nicht ok kann man noch nicht das ist der Effekt doch weg schon, oder? ok so ja hallo hallo ja ja keine Ahnung das war jetzt irgendwie komisch, oder? was soll's denn? soo soo mach mal das da oben soo mal die ganzen Geister mitnehmen, ne? soo fang mal he soo 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 oh leute schön neu hier sind mal ein paar Sachen komm mal wir sind einfach in der Nebenstraße rein schauen was wie darf so viel zu entdecken das ist krass einfach das ist einfach krass ich find's halt zeug ich zack 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 ja jetzt war's besser aus das find ich auch krass, das hätt man sich auch sparen können das ist halt so ein bisschen was von diesen Alumbora Schlossern bei Harry Potter äh bei Harry Potter sag ich mal mal kurz Legacy ok wie kommst du jetzt hier hin? hm hm schon wieder? noch nicht? what the fuck? da waren so viele hm ja tschau ich weiß nicht ob das was bringt kann ich das eigentlich warte vielleicht mal bei den Controller wechseln aber kann ich das eigentlich bei meinen Achievement C10 achja ist halt so rum auf jeden ah da war irgendwo ah wo war das denn? Magatama Juwel ne ja ah wo war das denn? Besiege für ok derzeit ich ah das war's mit dem Kern auslöschung sind wir dabei bebogen mit Kopfschissen ach komm sind wir sogar dabei jetzt genau hingucken habe ich 3 von 20 wow also ich muss ne ich bin nicht auf dem PlayStation Store ich werd kein da so ich wechsle mal eben schnell den Controller soo einmal zack weiter Controller ist ja verbunden soo noch mehr? what the fuck? warum sind hier so viele von euch? Wandaikon? 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 soo da sind noch Geister jede Menge also irgendwo ne Katze hier schön 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 du bleibst liegen dumm sind sag ich mal am Fenster schon soo jetzt die Katze oh ah jetzt nochmal Möge er über uns wachen kommt mir gebrauchen ich hatte auch ne Katze gesehen gehabt die erinnert euch ne? da oben die müssen da oben hin die müssen die da hinten die haben vor Gärtchen da äh so das zack 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 und manz so die wundert sich nicht dass ihre Kollegin weg ist oder was? das auch nicht das war gut dann helfen wir ihr mal ne? zack und bumm soo ok haben wir uns da rum gekümmert darum ist ne Katze die hätte ich eigentlich gerne aber dann komme ich wahrscheinlich nicht wirklich dran dann ah da ist schon das Turbentum praktisch soo da ist wieder ein Händler da komme ich hin wegen dem bösen Nebel da oben ist ne Kerze wie komme ich an die Kerze ran? die Vordecher hier klettern geht das? Chance zu gehen hoh zack dann wird gekücelt soo da ich das nicht einfach da hochgehe hier so? ne äh ich könnte aber das Ding einfach nutzen ne? hallo zack und so was ich jetzt in diesen Dingern hier überladen aber auch katamorische glaube ich nicht ne? soo dann haben wir das dann ist Torita soo dann können wir von der Ausdruck darüber schweben das ist einfach wenn wir sie nur leichter finden würden wie denn? zack zack obwohl ich das Ding ja schon eigentlich fertig hatte oder? ah das hat noch gefehlt ok auf eben Schutzkette sehr schön da wo das Licht herkommt muss der Waldpark sein kein Schimmer was die da treiben aber wir sollten uns beeilen absolut krasse Dialoge hehehe soo wie sieht das denn jetzt hier aus so nur eine zwei zwei neue Nebenquests aufgedeckt ok jetzt gehen wir da hin und wir haben jetzt diesen einen kleinen Bereich hier jetzt freigemacht ok sehr schön und da haben wir einen Itama oh mein dieser komische Stoffgeist kann man dazu sagen was war das hier? Bannwürfel auch so gerade dagegen ok soo da ist der Banndämon ist das der Würfel? ist das das Gebäude? mit dem Effekt so da sind auf jeden Fall jede Menge Geister da sind Geister und da sind die Bannwürfel ja da kommen wir uns erstmal um die Bannwürfel da würde ich sagen oh hallo besser kommt oh mein sehr schön da kommt ihre Verstärkung auf uns zu ah perfekt ja 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 Ich habe mir einfach ein schönes Mädchen. Was ist das? Sehr schön. Da ist es wiederum auch wenn du jetzt ein Bannwürfel Event verkackst, kannst du also keine 100% mehr kriegen oder was? Da ist ja nicht immer nur so viel, oder? Ok, ist das Copyright Musik? Das klingt sehr modern. Wo hab ich? 82, doch geil. Ich hab gar nicht irgendwas 200.000 gelesen, hab deswegen doch schon so... What? Wo kommt das ganze Geld her? So, da sind hier die Menge Geister, oben drauf waren Geister. Achtung! Ich bin schon wieder überfordert. Warte, überfordert. Da sind welche mit Bannsegeln. Da sind welche, der will... Da will noch tuscheln. Was mit dir Schuhmädchen? Ich hab da nen Freund. What the fuck? Was war das denn gerade? Ich war... ...art verwirrt. Glauben auf dem Dach ist irgendwas. Ist noch so ein Baum, ok. Ok, was mit dir? Reichtest du? Futter, ich brauch Futter. Wo ist Futter? Ok, aber gefuttern können wir dich nicht. Ne, find ich das unheimlich hier unter dem Kirchbaum... Das war schon wirklich. Das war ein Mann. Das war ein Mann. So... Dergegnus, ok. Wie kommt es her? Ich weiß! Das ist gerade echt viel von dem... nochmal freisetzen. Was ist das? Das waren doch Infusionsdinger, oder nicht? So, wir haben brauchen... Wollen nicht ein Model für irgendwelche Pfeile machen, oder so? Wir machen einfach Infusionsstangen. Weil die brauchten wir ja eh für's Krankenhaus, oder was? Wie soll man das jetzt verstehen? Oder ist das hier in Wirklichkeit ein Krankenhaus? Finde ich halt ein bisschen komisch. Muss ich sagen. Finde ich ein bisschen sehr komisch. So... Auf den Dächern, auf den Dächern ist auch noch viel los. Das ist halt das krasse... Du hast halt nicht nur die ganzen verworrenen Winkelstraßen hier, du hast halt auch noch... Ja, du hast halt eben auch noch... Ja, du hast halt eben auch noch... Äh... Ich weiß jetzt... Du hast halt eben die Dächer noch und so... Schon krass. Viel. Finde ich. Ich wollte eigentlich schweben, aber okay. Ich will schweben... Danke, dann komm ich mich da rüber. Zack. Wo kommst du her? Hat er selbst in dem Modus... Hat er ewig gebraucht, um in den Zaun zu gehen. Warten wir weiter. Ja, ich steck irgendwie gerade hier so ein bisschen... Das guckt irgendwie gar nicht so durchdacht alles. Hab ich das Gefühl.